Liebe Zuschauer von KTV, vom 2. bis zum 3. April besucht Papst Franziskus die Mittelmeerinsel Malta. Wir sind live für Sie dabei. Am 2. April um 10.50 Uhr der Höflichkeitsbesuch beim Präsidenten Maltas. Um 11.50 Uhr die Begegnung mit den Regierungsvertretern und dem Diplomatischen Chor. Am Nachmittag findet um 17.30 Uhr die Gebetsbegegnung im Nationalheiligtum Tarpinu auf Gozo statt. Feiern Sie am 3. April um 10.15 Uhr die Heilige Messe mit Papst Franziskus in Floriana. Anschließend das Angelusgebet. Schalten Sie ein. Wir freuen uns auf Sie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017